Was die Altersarmut angeht, wir haben etwa drei Prozent aller Rentenempfänger sind in der Grundsicherung. Das sind drei Zielgruppen, die wir konkret in den Blick nehmen müssen. Das eine sind die Erwerbsminderungsrentner, ein Teil, der uns große Sorgen bereitet. Deswegen haben wir in dieser Koalition auch auf Betreiben der Union die Erwerbsminderungsrente schon einmal verbessert. Wir werden sie jetzt ein zweites Mal verbessern, sodass wir hoffen, dass wir dadurch einige Erwerbsminderungsrentner aus der Grundsicherung herausbekommen. Der zweite große Block, der uns große Sorgen bereitet, ist die Zunahme von Soloselbstständigen. Alle, die sozusagen vor 2002, 2003 in einer Ich-AG gelandet sind, sind potenziell möglicherweise betroffen. Auf jeden Fall haben wir einen steigenden Anteil, das bereitet uns Sorgen. Und deswegen werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir auch zu einer Rentenabsicherung für Soloselbstständigen kommen. Und die dritte Zielgruppe, die jetzt sich verstärkt, sind ältere Frauen, die selbst keine eigene oder keine große Rente haben, die jetzt eine kleine Witwenrente bekommen und die trotz Hilfe aus der Pflegeversicherung dann immer noch auf soziale Fürsorge angewiesen sind. Auch diese Zielgruppe und diese Entwicklung müssen wir im Blick behalten, dass wir in Zukunft weniger werden, weil immer mehr Frauen eine eigene Rente haben, die oberhalb der Witwenrente liegt.